Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das ist eine Übung für den unteren Rücken, die nennt sich Hyper-Extensions an der Schrägbank. Die stellt sich in das Gerät rein, die Füße mit den Felsen hinten ans Polster dran. Wichtig ist eine aufrechte Haltung, den Rücken halte hier gestreckt, die Hände überkreuzt an deinen Schultern und dann senkst du langsam den Oberkörper ab. Wichtig ist, dass der Kopf auch immer Verlängerung zur Halswirbelsäule bleibt und dann führst du genauso langsam den Oberkörper wieder aufrecht nach oben, sodass du eine gerade Linie bist. Mal Mhm. Bye. Untertitelung. BR 2018